Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Wir haben fast jeden Tag trainiert, wie für die Olympischen Spiele. Die Beine an die Decke, damit es fließt. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich habe alles weiß gestrichen und alles durchgefegt. Und dann... Sie wissen nur die Geschäfts- und die privateer Frau. Sie wissen nur die Füße des Geschäfts- und die privateer Frau, auch. Alexander Berg hat nicht nur meine Beine nicht nur meine Patenten, aber auch meine Wife, auch. Ah, well, I've asked myself a few times why you are so relentless against Burke. Guten Morgen. Guten Abend. Mann, ey. Was denn? Au. Vielleicht willst du es doch mal wieder abschminken. Du bist so schlimm. 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 Vielen Dank.